Ja, hallo. Hallo. Ja, ich hab ein Problem. Ja, bitte. Ich verschicke vollgeschissen runter. Und du nabend? Ich schick mich an den Arsch. Drecksau. Oha. Guten Abend. Hallo, kleinen Moment, bitte. Ja, bitte. So, ich kann dir sagen, wie groß Elefanteneier ist. Genauso groß wie dein Kopf, du Arschloch. Guten Abend, bitte. Santos. Ey, Santos, soll ich mir was sagen? Ja, bitte. Ja, ähm, der Elefant hat so große Eier, weil die geschwollen sind, weil er dir mal den Arsch gefickt hat. Ja, du kleine, kein Nackensau, du kleiner Ausländer. Ich grüße Adolf Hitler, du direkt so, aah. Das ist der Purchtbar, diese Frau. Er wird Sendung gemacht und das ist der Problem, kommt ein Gericht. Entschuldigen. Ja, und?